Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Maker. Und wie einige schon erkannt haben, wir sind bei der Sternenrangliste auf sehr schwer. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt ein Level schaffen, aber wir werden uns mal versuchen an Kapau von Cuddly. Okay, das geht schon mal gut los. Okay, ich weiß, warum das sehr schwer ist. So. Ersten Checkpoint haben wir. Oh mein Gott. So. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Ich überlege bloß noch, wie. So zum Beispiel. Okay, der muss da rein. So, das haben wir auch geschafft. Noch ein Checkpoint. Erstmal durchschnaufen. Okay. Das hat schon mal nicht geklappt. Aber wir haben ja hier ein Checkpoint. Das war Glück, dass ich das nach oben geworfen habe. Wow. Wir haben das erste sehr schwer Level geschafft. Hätte ich nicht gedacht. In uns steckt mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Wir sind da sogar sehr souverän durchgezogen. In einer Minute zehn. Warum nicht? So. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall schauen wir es uns an. Wir müssen da, glaube ich, irgendwie rein. Wir müssen da, glaube ich, irgendwie rein. Auf. Da haben wir verloren. Die Frage ist, ob das auch der Sinn ist. Was passiert denn, wenn der Geist hier... Okay, nicht wirklich viel. So, mehr geht nicht. Ich komme hier nicht rein. Ihr habt keine Ahnung, was ich machen muss. Da ist die Bombe. Liegt ja schon mal ganz nach Plan. Das macht die Bombe. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Deswegen überspringen wir es einfach mal. Und machen 110 Speedrun anscheinend. Okay, probieren wir unser Bestes. Und haben schon versagt. Okay, das wird spannend. Und? Alter, was ist das für ein krasses Level. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir tasten uns einfach mal ran. Ja, das lief sehr gut. Können wir direkt neu starten? Ich vergesse das immer, dass ich da weiterspringen muss. Ich vergesse das immer, dass ich da weiterspringen muss. Und dann ein Wanddrehsprung. Und dann ein Wanddrehsprung. Oh Gott, wir werden dieses Level nie schaffen. Alter Latz, ist das ein Level. Jetzt können wir das schon wieder vergessen. Und da muss alles perfekt passen. Okay, also nochmal. Also nochmal. Zack, zack, zack. Ich habe den Drehsprung vergessen. Ach du meine Güte, ist das ein Level. Respekt an die, die das schon geschafft haben. Waren wir zu langsam am Wandsprung? So, hier, hier. Jetzt kommen die Dinger hier wieder. Nein. Alter, natürlich. Und das soll ich irgendwie schaffen? Hm. Oh nein! Okay, das P-Ding darf ich nicht mitnehmen. Aber ich hab doch auch gar keinen Schlüssel. Ist mir gerade so aufgefallen. Ja, sehr schön. Läuft. Ja. So langsam tun mir auch die Finger weh. Das ist einfach eine krasse Nummer hier. Das reicht uns nicht. Wir werden sterben. Wieso hab ich jetzt eigentlich schon wieder das P-Ding mitgenommen? Ich hab keine Ahnung, woher wir einen Schlüssel kriegen, ne? Ja, das reicht uns nicht. Aber wir probieren's. Oh, da ist der Schlüssel. Ja, sicher. Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich bin schon froh, wenn ich den ersten Teil hier schaffe. So weit, so gut. Und jetzt? Hä? Ich krieg hier nichts. Okay, ich muss ne Stammfortröcke machen. Ja, natürlich, Alter. Als ob's nicht schon schwer genug ist. Oh nein! Oh nein! Ich komm das genau auf die Sekunde raus. Boah, Alter. Meinen wir sind nicht schlecht? Den Anfang schaffen wir eigentlich immer gut. Den Anfang schaffen wir eigentlich immer gut. Mhm, Drehsprung. So, wieder hier. Jetzt Drehsprung nicht vergessen. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. So, das haben wir. Und das war zu kurz. Und das war zu kurz. Ja. Das ist anstrengend. Das kann ich euch sagen. Jetzt ist ihr schon vorbei. Okay. So, auf geht's weiter. Hier lang. Oh, das war schlecht. Oh, da haben wir Zeit verloren. Oh nein! Oh nein! Ganz ehrlich. Was kommt da für krasser Scheiß noch? Ey, ne. Super Mario vs. Bech... Bozilla. Das haben wir doch, glaube ich, schon mal, oder? War das nicht in den 100 Mario-Herausforderungen? Ich bin mir nicht sicher. So, gehen wir hier durch. Ja, wenn's so bleibt, ist es ja easy. Ja, wenn's so bleibt, ist es ja easy. Geht doch alles klar. Ah, ich bin so doof. Ich hab's verstanden. Er bleibt drin hängen. Der Anfang ist ein bisschen stressig, weil wir den nicht überspringen können. So, zack. Gehen wir hier rein wieder. Kein Problem für uns. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. So. Noch alles gut. So. Noch alles gut. So. 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 Und hier rein. Und jetzt. Müssen wir auf die Plattform warten. Dann können wir hier rein. Oh, oh. Oh, oh. So, das passt. Dann mal ein Checkpoint. Moment. Jetzt kommt der ja schon wieder. Na ja. Solange wir ausweichen können, ist das kein Problem. So. Ich mach jetzt einfach mal. Hier ganz in Ruhe. Oh. Ah, da kriegen wir wieder einen Pinz. Das ist doch schön. Das wiederum ist nicht so schön. So. So. Weiter geht's. Mit dem inneren Checkpoint. Moment. Alter. Aber wir haben ein Checkpoint. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. So. So. Hier rein. Okay. Okay, das sollte eigentlich klar gehen. Außer man ist so klug wie ich. Okay. Das ist gut. Wir haben Sie. Okay. Allerdings hat man noch ein paar Kost. Wir haben hier nur noch ein paar Kost. Die du fühlen. Wir haben da. Die du die Kost. Die du die. Die ist die Kost. Aber ganz ehrlich, die Folge ist eh vorbei. Wir überziehen schon wieder. Wir haben ein paar nette Level gesehen. Auch ein paar geschafft. Nicht alle, aber immerhin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, haut rein.